Wie ist der Milleniumszyklus in Jesaja? Ich habe versucht, den ein bisschen zu komprimieren und ein bisschen optisch auch aufzubereiten. Das ist eine Anleitung dafür, vielleicht selber mal eine Bibelarbeit darüber zu machen, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und diese Texte mal für sich selber auch in Ruhe durchzulesen, vor dem Hintergrund dessen, was ich euch jetzt hier zeige. Es gibt immer wieder Leute, die mir auch sagen, wenn ich jetzt anfange von der Wiedergeburt Jerusalems, da sagen die ja, in Römer 11 steht ja, dass ganz Israel gerettet wird. Und ich sage dann immer, ja gut, da müsst ihr euch diesen Milleniumszyklus angucken in Jesaja, speziell die Kapitel 55, 56, 57. Um einordnen zu können, was Paulus da in Römer 11 tut, denn er zitiert dort Jesaja. Und ich zeige euch jetzt mal, wie diese Abfolge ist von diesem Zyklus, der dort vorgestellt wird von Jesaja. Dann können wir die beiden Zeitpunkte auch gut einordnen. Das, was Paulus meint in Römer 11 und das, was die Wiedergeburt Jerusalems betrifft. Denn die Wiedergeburt Jerusalems, die ist zu Beginn der 70. Jahrwoche und die leitet die 70. Jahrwoche taggenau ein. Mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems beginnt die 70. Jahrwoche. Und Paulus zitiert in Römer 11 eine Begebenheit, wenn Christus kommt, denn ein Erlöser kommt zu Zion und wird das gottlose Wesen abwenden von Jakob. Und dieser Zeitpunkt ist am Ende der 70. Jahrwoche. Das müssen wir gut auseinanderhalten. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Ja, dann schauen wir uns mal den Millenniumszyklus in Jesaja an. In Kapitel 52 wird das Millennium vorgestellt. In Kapitel 53 ist die Rede von dem leidenden und auferstandenen Christus. Das ist ein ganz bekanntes Kapitel. Dann kommt in Jesaja 54 die Gemeinde Jesu. Und zwar zunächst aus Juden, also aus den Juden, die zu Pfingsten, beziehungsweise am Anfang der Gemeindezeit zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und in Jesaja 55 kommen dann auch die Nationen dazu. Die gehören auch dazu. Das war das Evangelium des Paulus. Das war besonders dem Paulus geoffenbart. Dann kommt Kapitel 56. Bleibt mir treu. Bleibt bei mir. Fallt nicht ab. Dann wird in Kapitel 57 der große Abfall beschrieben und die Gräueltaten, die da begangen worden sind. Dann kommt die Ankündigung des großen Gerichts in Kapitel 58, das dann auch ausgeführt wird, auch an den Inseln, auch an den Europäern, wenn man so will. Also an Japheth. Die Inseln stehen als Sammelbegriff für das Gebiet Japheth im großen und ganzen Europa. Oder wir könnten auch heute sagen der westlichen Welt. Dann folgt das Kapitel 59. Das Gericht kommt. Dieses Kapitel handelt von dem Kommen Jesu Christi auf dem Ölberg. Und dann folgt in Kapitel 60 das Millennium, das Jesus Christus auf der ganzen Welt herrscht. Das schauen wir uns im Detail mal kurz an. In Kapitel 52 steht direkt im ersten Vers, mache dich auf, mache dich auf, Zion. Ziehe deine Stärke an, schmücke dich herrlich, du heilige Stadt Jerusalem. Denn es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen. Dieses Kapitel handelt von einer Schau über Jerusalem im Zeitalter des Königreichs. So wie auch hier die Überschrift in der Skoffil Bibel, das ist hier die Luther Bibel von 1912, lautet. Da steht die Schau über Jerusalem im Zeitalter des Königreichs. Hier wird also ein erster Blick getan in das, was über Israel kommen soll, wenn Jesus Christus König ist im Tausendjährigen Reich. Davon handelt das Kapitel 52. Und wie das Tausendjährige Reich zustande kommt, das wird in den folgenden Kapiteln beschrieben. In Kapitel 53 folgt dann das stellvertretende Opfer des Christus, des Knechtes Jehovas. Da steht in Vers 1 aber, wer glaubt unserer Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbart. Also wem ist Christus offenbart? Wer hält nicht am Buchstaben fest, sondern wem wird der auferstandene und lebendige Christus geoffenbart? Und es ist fast so, als ob der ständige Streit um Christus, um seine Gottessohnschaft, ob er überhaupt der Messias war, ja oder nein, im ersten Vers schon direkt angesprochen wird. Die ganze Diskrepanz, die unter den Gesetzesleuten im Judentum oder auch unter den Gesetzesleuten im Christentum bezüglich der Person Jesu Christi auftritt. Wer glaubt unserer Predigt? Wer glaubt der Predigt vom Auferstandenen? Gottessohn, der Gott ist, Gott geoffenbart im Fleisch, der sein Leben auf Golgatha für uns gelassen hat. Wer glaubt der unverdienten Rechtfertigung durch den Glauben? Wer glaubt an die Auferstehung? Wer glaubt an den neuen Menschen in Christus? Wer glaubt ans Evangelium? Also es ist geradezu, als ob der Streit, der um Christus und sein Wesen und um die Gemeinde Jesu und deren Berufung hier vorhergesagt ist, geradezu programmatisch ist für die Person Jesu Christi. Und dann kommt ganz folgerichtig nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu Christi die Gemeinde Jesu. Hier zunächst noch aus Juden. Wir werden gleich noch sehen, warum sich das nur auf Israel reduziert. Aber hier ist der Beginn der Gemeinde Jesu. Und Jesaja 54 beginnt mit dem Vers. Rühme du Unfruchtbare, die du nicht gebierst oder die du nicht schwanger bist, die du keine Wehen leidest. Freue dich mit Rühmen und Jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Hier geht es um das himmlische Jerusalem, das unser aller Mutter ist. Nicht das irdische Jerusalem, das unter Gesetz ist, sondern die, die bisher unfruchtbar war, die im Himmel ist, das himmlische Zion. Die rühmt sich jetzt und freut sich. Die bekommt jetzt Kinder und zwar über alle Maßen. Das himmlische Jerusalem. Alle die, die an Jesus Christus glauben weltweit, Das waren viel mehr, als die, die im alten Bund in Israel an den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs geglaubt haben. Die bisher Unfruchtbare im Himmel, das himmlische Jerusalem, das gebiert jetzt und soll sich rühmen und jauchzen und sich freuen, weil sie viel mehr Kinder hat, als die, den man hat, spricht der Herr. Also das bezieht sich auf die Gemeinde Jesu hier noch aus Juden. Und dann kommt Kapitel 55, hier überschrieben mit die Erlösung durch die Gnade Gottes. Jesus, dieses Kapitel beginnt jetzt mit dem Vers, Wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Also nicht nur Israel, nicht nur die Juden, die aus dem alttestamentlichen Glauben heraus zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, zur Wiedergeburt gekommen sind, sondern hier gibt es keinerlei Einschränkung mehr. Hier steht wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Paulus diesen Millennium-Zyklus in Jesaja sehr, sehr gut gekannt hat und dass er an Kapitel 55 hängen geblieben ist und dort verstanden hat, dass dieses Evangelium Jesu Christi nicht nur für die Juden gilt, sondern für die ganze Welt. Wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch. Freude und Nahrung, ja, also alles, was in Christus ist, gilt für alle, für alle Welt. Alle, die auch immer den Glauben suchen und Gerechtigkeit suchen in Christus, die dürfen dazugehören. Das wird auch in den kommenden Kapiteln nochmal ausformuliert. Wenn ihr die Kapitel in Ruhe lest, vielleicht in eurer stillen Zeit, oder wenn ihr selber mal die Kapitel so vor dem Hintergrund durchlest, den wir hier auch behandeln, dann werdet ihr das sehen, dass das auch für die Unbeschnittenen gilt, die auch kommen dürfen und von Gott angenommen sind und er ihnen einen Namen geben will, besser als Söhne und Töchter. Und dass sie zu ihm gehören dürfen. Das ist eine große, große Freude. Und ich könnte mir vorstellen, dass Paulus wegen dieser Kapitel dann nach Jerusalem raufgezogen ist, um mit den Aposteln zu sprechen und ihnen diese Sichtweise vorzustellen und dann auch zum Apostel der Heiden zu werden, der das Evangelium nach Europa getragen hat, zu den Inseln und gesehen hat, wie auch Menschen, die bisher an Götter und Götzendienst geglaubt haben, zum Glauben an Jesus Christus kommen und dort ihr Heil finden. So wie wir das auch in den letzten 2000 Jahren gesehen haben, dass das Evangelium in die ganze Welt gegangen ist. Dann kommt Kapitel 56. Das ist hier überschrieben mit die Belohnungen für den Gehorsam gegen Gott. Ich habe das überschrieben mit bleibt mir treu, haltet fest an mir. So wie auch in Vers 1 steht, so spricht der Herr, halte das Recht und tut Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe. Hier steht auch in Vers 5, ich will ihnen in meinem Hause und in meinen Mauern einen Ort und einen Namen geben, besser denn Söhne und Töchter, einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Also hier geht es um die Gemeinde Jesu aus Juden und aus Heiden und Gott sagt ihnen, haltet fest an mir, bleibt treu, fallt nicht von mir ab, haltet fest. Und das ist fast so, als ob Gott hier warnt, weil er weiß, dass der Abfall kommt und die Gottlosigkeit kommt und zwar über die ganze Welt und dass er hier bereits die Gläubigen warnt, bei Gott zu bleiben, bei Jesus Christus zu bleiben und an ihm festzuhalten. Und dann wird in Kapitel 57 der große Abfall beschrieben. Hier steht aber, der Gerechte kommt um und niemand ist da, der es zu Herzen nehme. Und heilige Leute, oder in der Elberfelder Bibel steht, treue Männer, werden weggerafft und niemand achtet darauf, denn die Gerechten werden weggerafft vor dem Unglück. Und die richtig vor sich gewandelt haben, kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern. Das sind also die Gerechten. Gott beschreibt hier auch in den Folgeversen, wie die Situation im Land ist und in der Welt. So steht in Vers 4, an wem wollt ihr nun eure Lust haben? Über wen wollt ihr nun das Maul aufsperren und die Zunge herausstrecken? Seid ihr nicht die Kinder der Übertretung und ein falscher Same, die ihr in der Brunst zu den Götzen lauft unter alle grünen Bäume und schlachtet die Kinder an den Bächen unter den Felsklippen? Also Gott beschreibt hier eine Unart, die wir heute mehr und mehr sehen, die Raum gegriffen hat in der ganzen Welt, dass Kinder geschlachtet werden an den Bächen. Darf man hier kaum formulieren, sonst hat man wieder ein Problem mit Sperrungen. Aber das steht hier in der Schrift. Könnt ihr nachlesen, Jesaja 57, Vers 5. Der große Abfall wird beschrieben, die Gottlosigkeit wird beschrieben, die okkulten Machenschaften werden hier angesprochen, sodass man tatsächlich verstehen kann, warum Gott sein Gericht auch kommen lässt. Wir sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr verwöhnt. Wir haben in einer sehr friedlichen Welt gelebt und uns wird langsam erst bewusst, wie gottlos, wie okkult, wie bösartig die Welt ist. Das, was wir hier lesen, betrifft nicht unbedingt in erster Linie die Zeit von Jesaja, 800 vor Christus, sondern das ist unsere Zeit. Das, was hier beschrieben wird, ist unsere Zeit. Das, was wir hier sehen in dem Millenniumzyklus in Jesaja, ist die Zeit der Gemeinde. Und das, was hier in Kapitel 57 beschrieben wird, ist die Abfallszeit während der Gemeinde Jesu auf der Welt. Und das, was wir sehen, deckt sich in erschreckender Weise mit dem, was wir mittlerweile in den verschiedenen Gazetten und Medien immer wieder auch zu hören bekommen. Das ist erschreckend und das ist keine antike Sache. Das hat es in der Antike natürlich auch gegeben. Aber das, was wir hier im Millenniumzyklus lesen, geht die Zeit an während der Gemeindezeit, während der Christenheit auf der Welt. Und Gott beschreibt diesen Abfall in erschreckender Genauigkeit und Übereinstimmung mit dem, was wir heute sehen. Dann kommt Kapitel 58, die Ankündigung des großen Gerichts, das dann später auch kommt. Der Auftrag an Jesaja und an alle Männer Gottes, die das sehen und verstehen, in denen wird gesagt, rufe getrost, schonen nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk ihr Übertreten und dem Hause Jakob ihre Sünden. Hier steht nicht dem Haus Israel, sondern ist das Haus Jakobs. Das ist der alte Jakob noch. Das ist wegen mir auch der alte Mensch. Hier wird das Gericht angekündigt. Das kommen wird nicht nur über Israel, sondern über die ganze Welt. Ich habe den Vers hier auch nochmal abgedruckt auf der Seite hier. Hier geht es weiter in Vers 2. Sie suchen mich täglich und wollen meine Wege wissen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit schon getan und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern mich zu Recht und wollen mit ihrem Gott rechten. Dieses ganze Kapitel betrifft die Ankündigung des großen Gerichtes Gottes, das kommen wird und zwar auch über die Inseln. Und damit wechseln wir dann mal zu Kapitel 59, das Gericht kommt. Ich lese mal weiter in Vers 16. Und er sieht, dass niemand da ist und verwundert sich, dass niemand ins Mittel tritt. Darum hilft er sich selbst mit seinem Arm und seine Gerechtigkeit steht ihm bei. Denn er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt einen Helm des Heils auf sein Haupt und zieht sich an zur Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Rock. Das ist Christus, der sich bereit macht, um herabzukommen auf den Ölberg, sein Reich aufzurichten, der Gottlosigkeit ein Ende zu bereiten und sein Reich aufzurichten. Und dann geht es weiter in Vers 18. Als der seinen Widersachern vergelten und seinen Feinden mit Grimm bezahlen will. Ja, den Inseln will er bezahlen. Also hier lesen wir von den Inseln. Die Inseln sind eigentlich ein Sammelbegriff für die Ägäis, für Griechenland, also für Europa. Und bezieht sich, wie ich eben schon gesagt habe, nicht auf irgendwelche antiken Zeiten oder auf irgendwelche zukünftigen Zeiten. Das, was hier steht, bezieht sich auf die Gegenwart. Und das, was wir heute erleben, was wir sehen, der ganze Niedergang, den wir sehen, der hat nur einen einzigen Grund. Und zwar ist das die Gottlosigkeit der Welt, die sich in okkulten Machenschaften ergeht, wie zum Beispiel, wie wir eben gelesen haben, was mit den Kindern da angestellt wird. Das betrifft hier unsere Gegenwart. Ja, das ist unsere Zeit, die hier beschrieben wird in diesem Zyklus. Ich lese nochmal von Vers 18, also Christus, als der seinen Widersachern vergelten und seinen Feinden mit Grimm bezahlen will. Ja, den Inseln will er bezahlen, dass der Name des Herrn gefürchtet werde vom Niedergang und seine Herrlichkeit vom Aufgang der Sonne, wenn er kommen wird wie ein aufgehaltener Strom, den der Wind des Herrn treibt. Christus wird kommen, er wird zum Gericht kommen, er wird der ganzen okkulten Gottlosigkeit und dem Treiben der Welt ein Ende bereiten, wenn er kommen wird, auf den Ölberg und von dort sein Reich aufrichten wird. Und wenn wir lesen in den Kapiteln, auch in den vorigen Kapiteln, auch Kapitel 57 über den großen Abfall, was da alles getrieben wird, dann muss man geradezu sagen, ja, Herr Jesus, komm bald. Denn das, was hier passiert langsam, das ist so absurd und so gottlos, dass man fast das Gericht herbeisehnen mag. Und dann kommt Jesaja 59, Vers 20. Das ist der Vers, den ich schon mal angesprochen habe zu Beginn. Dort steht, denn denen zu Zion wird ein Erlöser kommen, und denen, die sich bekehren von den Sünden in Jakob, spricht der Herr. Und ich mache solchen Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der bei dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Munde nicht weichen, noch von dem Munde deines Samens und Kindeskindes, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Das ist der Zeitpunkt, an dem Christus herabkommt auf den Ölberg. Denn Jesaja 59, Vers 20 sagt, denen zu Zion wird ein Erlöser kommen. Der Erlöser ist Christus. Christus kam, beziehungsweise kommt zweimal zu Zion. Einmal ist er schon gekommen vor 2000 Jahren, aber damals hat er der Gottlosigkeit in Jakob nicht gewährt, sondern da ist er ans Kreuz gegangen und ist für die Sünden der Welt gestorben. Aber er kommt noch einmal nach Zion, auf den Ölberg, so wie bei seiner Himmelfahrt ja auch gesagt wurde von den Engeln, so wie ihr ihn gesehen habt, dass er aufgenommen worden ist von euch, so wird er wiederkommen, und zwar leiblich. Das ist die leibliche Rückkehr Christi auf den Ölberg, wenn er sein Reich aufrichten wird und dem ganzen gottlosen Treiben hier ein Ende tun wird. Und dieser Vers 20, den zitiert Paulus in Römer 11, Vers 26, und da steht, und also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der der Erlöse und Abwende das gottlose Wesen von Jakob. Paulus bezieht sich also hier auf Jesaja 59, Vers 20, wenn er in Römer 11, Vers 26 schreibt, das ganze Israel selig werde, beziehungsweise das, was dann von Israel noch übrig ist. Dann wird Israel aber nicht mehr wiedergeboren werden. Das ist auch ganz verständlich, weil dieser Vers bezieht sich ja auf die Herabkunft Christi auf den Ölberg, und zwar mit seiner Gemeinde, die dann mit ihm kommen wird. Denn die Entrückung ist vor dem Kommen Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg, weil die Gemeinde ja mit ihm kommt. Sie muss also erst entrückt sein und kommt dann mit Christus zusammen auf den Ölberg herab. Wenn Paulus also hier davon schreibt, dass ein Erlöser kommen wird aus Zion oder zu Zion, der Erlöse und Abwende das gottlose Wesen von Jakob, dann bezieht sich das auf eine Zeit, wo die Entrückung der Gemeinde schon geschehen ist. Dann ist aber auch keine Wiedergeburt mehr möglich, denn nach der Entrückung der Gemeinde gibt es keine Wiedergeburt mehr, so wie es im Alten Testament auch keine Wiedergeburt gab. Die Wiedergeburt hat zum ersten Mal stattgefunden, vor 2000 Jahren, als Zion ohne Wehen geboren hat, Wiedergeburt erlebt hat zu Pfingsten. Damals gab es zum ersten Mal in der Heilsgeschichte Gottes Wiedergeburt. Und Wiedergeburt ist so lange möglich, bis die Entrückung gewesen ist. Und nach der Entrückung kommt das tausendjährige Reich und im tausendjährigen Reich wird wieder so geglaubt wie im Alten Testament an den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs und natürlich auch an den Gott Jesus Christus, dessen Priesterschaft. Wir sind die Gemeinde Jesu im tausendjährigen Reich in dem Tempel, der dann gebaut wird, laut Hesekiel, das ist dann der vierte Tempel. Dort werden auch wieder alttestamentliche Opfer gebracht werden, im Gedenken an das, was Jesus Christus auf Golgatha getan hat. Das ist der Zyklus, den wir sehen und den die Bibel uns hier beschreibt. Wenn also Paulus in Römer 11, davon spricht, dass ganz Israel gerettet wird, dann meint er diese letzte Zeit hier, den Tag des Zorns, wenn Christus kommt mit der Gemeinde. Und die Erlösung besteht darin, dass Christus sein irdisches Volk Israel, weil sein himmlisches Volk gerade entrückt worden ist und mit Christus vereint worden ist im Himmel. Dann, wenn Christus kommt, wird er sein irdisches Volk Israel erlösen und zwar vom Antichristen erlösen. Das ist eine irdische Erlösung. Das hat mit himmlischer Wiedergeburt nichts zu tun. Kann auch gar nicht, wie wir schon gerade gesehen haben, weil der Zyklus ja davon spricht, dass Christus auf dem Ölberg wiederkommt mit seiner Gemeinde. Die Entrückung also vorher gewesen sein muss. Wiedergeburt nicht mehr möglich ist und deswegen die Erlösung, die Paulus hier in Römer 11 anspricht, nicht eine Wiedergeburt ist, die erlöst von Sünde und Tod, sondern eine Erlösung ist, die erlöst vom Antichristen und von seinen Schergen, um Israel vorzubereiten fürs tausendjährige Reich, wenn Jesus Christus herrschen wird auf der Erde. Wenn ich mit Menschen darüber spreche, dass in der Endzeit Jerusalem wiedergeboren wird, also nicht das ganze Israel, sondern nur die Stadt Jerusalem, dann sagen mir viele, ja, aber Paulus sagt ja in Römer 11, dass ganz Israel gerettet wird. Und dann verweise ich immer gerne auf diesen Jesaja-Zyklus. Viele kennen den aber nicht und weil sie ihn nicht kennen, werfen sie die Dinge durcheinander, insbesondere in Römer 11 und sagen, ja, aber ganz Israel wird doch gerettet werden, nicht nur Jerusalem. Der Grund dafür liegt darin, dass die meisten einen Zeitpunkt verwechseln in der Heilsgeschichte Gottes. Der Zeitpunkt, den Paulus in Römer 11 meint, dass ein Erlöser kommen wird zu Zion und ganz Israel gerettet wird, das findet hier am Ende der 70. Jahrwoche statt. Während die Wiedergeburt Jerusalems am Anfang der 70. Jahrwoche ist, hier zu dem Zeitpunkt, das ist das, wovon ich spreche. Während diejenigen, die mir dann immer entgegnen, ganz Israel werde gerettet werden, von diesem Zeitpunkt sprechen, aber diese Zeitpunkte müssen auseinandergehalten werden und das kann man am besten, wenn man sich diesen Jesaja-Zyklus anschaut, diesen Millennium-Zyklus, dann versteht man besser, was da gemeint ist und erkennt, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Es gibt einmal die Wiedergeburt Jerusalems, nur der Stadt Jerusalems, weil da die Gemeinde zum Abschluss gebracht wird, dann kommt irgendwann die Entrückung und dann kommt Christus wieder auf den Ölberg mit seiner Gemeinde, dann fängt das Millennium an und dann wird ganz Israel gerettet werden, beziehungsweise das, was dann noch von Israel übrig ist, weil wir ja wissen, dass zwei Drittel von Israel umkommen wird und das letzte Drittel wird nochmal durchs Feuer geführt, sodass nur ein ganz kleiner Überrest übrig bleiben wird. In Zion und diesem kleinen Überrest kommt dann ein Erlöser, der dann ganz Israel retten wird. Und dann folgt laut Jesaja 60 das tausendjährige Reich, wo Christus Herr sein wird. So wie in Kapitel 60 dann auch beschrieben, das herrliche Zion in dem Zeitalter des Königreiches, da steht dann, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist, wenn Christus herabkommt vom Himmel auf den Ölberg. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Die Völker werden zu der Zeit auch gerichtet worden sein, wie in Jesaja 59 schon gestanden hat, dass Gott zum Gericht kommt, auch über die Völker, auch über die Inseln, denen er bezahlen wird. Dann werden auch die Völker der Welt verwüstet sein und deswegen steht in Vers 2, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir, in Klammern Jerusalem, geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir, wenn er kommt auf den Ölberg. Und die Nationen oder die Heiden werden in deinem Lichte wandeln und die Könige im Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und siehe umher, diese alle versammelt kommen zu dir, deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme herbeigetragen werden. Das ist deswegen, weil Israel noch einmal zerstreut werden wird, noch einmal in Gefangenschaft geführt werden wird. Der moderne Staat Israel wird zerbrochen, wird verwüstet. Die Israelis werden noch einmal verkauft werden an die Iraner, an die Ägypter. Das wird noch einmal eine ganz schwierige und schreckliche Zeit für Israel sein, aber wenn Jesus sein Millennium beginnt, sein tausendjähriges Reich, dann werden deine Söhne und Töchter von Ferne kommen und auf den Armen hergetragen werden. Dann wird Israel wieder gesammelt werden zum tausendjährigen Reich unter der Herrschaft Jesu Christi, Gottes irdisches Volk Israel. Das beschreibt dann das Kapitel 60. Ich will das hier nicht im Einzelnen alles vorlesen, weil das sehr viel Text ist, aber wenn man mal den Ansatz hat und versteht, wovon diese Kapitel handeln, dann kann man das beim Lesen alles zuordnen. Man kann auch eine Excel-Tabelle machen, dann könnt ihr die verschiedenen Spalten dann nach den jeweiligen Kapiteln aufteilen, Kapitel 52 bis Kapitel 60, und könnt ihr darunter schreiben, was Christus betrifft, was die Gemeinde betrifft, was Israel betrifft, in den einzelnen Zeilen darunter. Und dann bekommt man einen sehr, sehr guten Überblick über die Heilsgeschichte Gottes, über die Endzeitgeschichte Gottes und mit dem Wissen kann man dann besser verstehen, was Paulus schreibt im Römerbrief und was überhaupt im Neuen Testament oder auch in alttestamentlich-prophetischen Texten für die Endzeit ausgesagt wird. Ja, jetzt wird vielleicht etwas besser deutlich, was Paulus in dieser Stelle in Römer 11 meint. Man sieht auch, dass Paulus extrem gut Jesaja gekannt haben muss und wie tief der da eingestiegen ist. Und wenn wir über diese Römerstelle sprechen, Römer 11, 26, 27, dann müssen wir den Jesaja-Zyklus kennen. Es hilft nichts, da irgendwas reinzulegen in den Text, sondern man muss etwas vertiefte Bibelkenntnisse haben, wenn man sich mit diesen auch überhaupt mit Endzeit auseinandersetzt. Ja, das geht nicht einfach im Vorbeigehen und das geht insbesondere nicht, wenn man irgendwelche politischen Dinge oder persönliche Meinungen in diesen Text reinlegt, sondern man muss diese Texte immer in Beziehung setzen zum Alten Testament. Das ist zwingend. Ja, das geht nicht ohne. Manche sagen ja, die Bibel ist aber auch so einfach, dass die jeder verstehen können muss. Das ist richtig. Bei den heilsnotwendigen Dingen ist das so. Wenn man sich mit Prophetie beschäftigt und mit Heilsordnungen, dann muss man das Alte Testament kennen. Ohne das Alte Testament zu kennen und die Texte in Beziehung zu setzen, kann man das nicht verstehen. Man sieht das hier sehr deutlich an dieser Stelle in Römer 11. Paulus hat diese Jesaja-Stellen sehr, sehr gut gekannt. Der schreibt nicht irgendwas hin in Römer 11. Der sagt, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wenn die Entrückung geschehen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Und zwar vom Antichristen. Da geht es dann nicht mehr um Wiedergeburt, weil die Vollzahl der Gemeinde dann schon eingegangen ist oder die Vollzahl aus den Heiden, aus der Heidengemeinde eingegangen ist. Dann gibt es keine Wiedergeburt mehr, sondern dann gibt es eine Rettung vom Antichristen. Ich glaube, man kann das hier an der Stelle ganz gut sehen, dass das Auslegen dieser Texte zwingend erfordert, vertiefte Kenntnis im Alten Testament zu haben. Wenn man die aber hat, dann bekommt man eine sehr schöne Struktur und man bekommt einen sehr schönen und sehr guten Überblick über das, was die Bibel uns sagt, was kommen wird. Und das macht uns fest im Glauben. Das zeigt uns, dass das Gottes Wort ist. Das ist einfach nur so hingeschrieben. Das hat alles Beziehung, Struktur, Ordnung. Das ist wie ein Meisterstück. Wenn ein Handwerker etwas baut, wenn Metallbauer, die arbeiten da auf Millimeter und noch feineren Einheiten, damit ihre Werkstücke auch genau passen. Das ist nicht einfach nur so hingeschludert. Das muss ja nachher auch funktionieren. Und so ist das mit Bibelauslegungen auch. Die muss man eigentlich mit handwerklicher Sorgfalt herstellen und dann bekommt man einfach ein ganz schönes Bild. Und dann wird man im Glauben sehr, sehr gewiss und man sieht einfach, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das finde ich etwas sehr, sehr Schönes, weil es in so Zeiten wie jetzt, wo wir so viele Meldungen bekommen aus allerlei Quellen, die man nicht immer verifizieren kann, in der Bibel selber eine absolute Basis hat. Die Bibel ist reine Wahrheit. Das ist glasklare, reine Wahrheit in einer Welt voller Lüge. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Und deswegen wollte ich euch das gerne zeigen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir sehen, dass unser Glaube nicht umsonst ist, dass wir nicht irgendwelchen klugen Fabeln gefolgt sind, sondern dass wir an das Wort Jesu Christi glauben und sehen, dass er kommt, dass alles gut geworden ist durch Golgatha, durch sein Sterben und durch sein Auferstehen und dass wir einen festen Anker haben, der unsere Seele hält. Da wünsche ich euch viel Gottes Segen zu, dass ihr Festigkeit und Geradheit im Glauben behaltet und Hoffnung behaltet, auch in so einer irrsinnigen Welt, wie wir sie jetzt sehen. Und dazu ist die Bibel uns gegeben. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!